In diesem Video erklären wir Ihnen kurz, wie Sie sich für die Beteiligungsveranstaltung im XR-Part-Beteiligungsraum anmelden können. Klicken Sie zuerst auf der Webseite der Hanse und Universitätsstadt Rostock auf den Link zur Anmeldung und geben Sie auf der nächsten Seite Ihre E-Mail-Adresse an. Auf diese Mail-Adresse erhalten Sie nun eine E-Mail, in der alle nächsten Schritte enthalten sind. Zusätzlich erhalten Sie mit dieser E-Mail Ihren persönlichen Gastzugangscode für die Veranstaltung. Laden Sie die XR-Part-Client-Applikation über den Link in der Mail herunter. Nach dem Download öffnen Sie die Applikation. Sie befinden sich nun auf der Startseite von XR-Part. Um sich anzumelden, klicken Sie bitte im oberen Bereich auf Gastzugang und geben Sie hier Ihren persönlichen Gastzugangscode aus der E-Mail ein. Sie haben hier auf der Startseite die Möglichkeit einen eigenen individuellen Avatar zu erstellen, mit dem Sie sich bei der Veranstaltung durch die digitalen Räumlichkeiten bewegen. Sie können sich hier auch die ersten Schritte zur Steuerung erläutern lassen. Sie erhalten diese Erklärungen aber auch im Beteiligungsraum nochmals von uns. Bitte denken Sie daran, dass Sie für einen reibungslosen Ablauf ein Headset und eine Maus benötigen. Um die Beteiligungsveranstaltung zu betreten, klicken Sie auf den Punkt Veranstaltungen. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Veranstaltung aufgelistet sehen. Wenn Sie darauf klicken, kommen Sie in den XR-Part-Beteiligungsraum. Bitte beachten Sie, dass Sie die Veranstaltung nur zu dem Datum und der Uhrzeit der Veranstaltung betreten können. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Beteiligungsveranstaltung und freuen uns sehr gemeinsam mit Ihnen in den Austausch zu kommen und Ihre interessanten Inputs zu hören.